Ich rufe Tagesordnungspunkt 13 auf. Erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Richtergesetzes, Drucksache 20277, aus 19. Zur Einbringung hat das Wort Kollegin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mit dem dritten Gesetz zur Änderung des Hessischen Richtergesetzes sorgen wir für noch mehr Transparenz und Akzeptanz bei den Präsidentenbesetzungen und setzen damit gleichzeitig einen weiteren Baustein des Koalitionsvertrages um. Die Präsidenten der Gerichte nehmen eine herausragende Rolle – Sie sind vielleicht gleich dran, Herr Lenders – – als Repräsentanten der Justiz nach außen ein. Außerdem haben sie eine wichtige Funktion bei der Besetzung von Beförderungsstellen durch das Beurteilungswesen. Deswegen wollen wir den Präsidialräten bei strittigen Entscheidungen über die Präsidentenbesetzung die Möglichkeit geben, darüber zu entscheiden, ob der Richterwahlausschuss sich mit der Angelegenheit nochmals befasst. Das bedeutet, dass es im Präsidialrat keine Einigung bzw. gibt es unterschiedliche Auffassungen zwischen der Ministerin und dem Präsidialrat und konnten diese auch nicht bei einem Einigungsgespräch, wie das Gesetz es vorsieht, aus dem Weg geräumt werden, hat die Ministerin auf Verlangen des Präsidialrats, den Richterwahlausschuss mit der Angelegenheit zu befassen. Bisher war es so, dass der Minister oder die Ministerin das Votum des Präsidialrats auch missachten konnte und die Ernennung nach erfolglosem Einigungsgespräch vornehmen konnte. Das ändern wir jetzt, und damit wird die Stellung des Präsidialrats erheblich gestärkt. Der Präsidialrat steht nun nicht mehr vor der Frage, ob die Entscheidung, eine negative Entscheidung eventuell zur Verzögerung des Besetzungsverfahrens führt, aber letztendlich ein unterschiedliches Votum dann doch zur Einstellung des abgelegten Bewerbers führt. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, nach nicht erfolgter Einigung auch den Richterwahlausschuss zu befassen. Also, nicht alle macht den Reden, aber mehr Mitbestimmung bei der Präsidentenbesetzung. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Da werden die Kolleginnen und Kollegen der Opposition – ich schaue jetzt einmal Frau Hoffmann an – sagen, das reicht nicht und hat mit Selbstverwaltung der Justiz nichts zu tun. Ja, da haben Sie recht, aber es ist eine Verbesserung innerhalb des geltenden Systems und stärkt die dritte Gewalt durch den Ausbau bestehender Beteiligungsrechte. Deswegen ist der vorgelegte Gesetzentwurf ein guter Schritt in die richtige Richtung, denn die Präsidialräte als Organe der richterlichen Selbstverwaltung werden erheblich gestärkt. Ich freue mich auf die weitere Beratung im Ausschuss. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es scheint in der Tat so, dass Sie, Frau Müller, meine Gedanken bereits lesen können. Ich werde gleich ausführen, wie wir diesen Gesetzentwurf bewerten. Aber zunächst darf ich mich bei den regierungstragenden Fraktionen, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU bedanken, dass Sie das jetzt hier als Gesetzentwurf der regierungstragenden Fraktionen vorgelegt haben, vermeintlich die Arbeit des Justizministeriums machen. Aber da muss ich Ihnen ganz klar sagen, Fleißarbeit ist gemacht, aber Nachsitzen ist gefordert, nämlich von Ihnen. Sie haben es ja schon angekündigt oder angedeutet – ich muss Ihnen ganz klar sagen – das ist wirklich mitnichten ein großer Wurf, sondern der große Wurf bleibt an dieser Stelle aus. Ihr Gesetzentwurf ist mehr als enttäuschend, nicht ein Schritt, sondern ein Schrittelchen und schon gar nicht ein Schritt in die richtige Richtung. Denn Sie haben im Koalitionsvertrag angekündigt, wir werden da etwas tun. Aber warum tun Sie den Schritt nicht jetzt, da wo schon im Koalitionsvertrag vollmündig eine Ankündigung erfolgt ist? Jetzt kann ich Ihnen ganz klar sagen, wo die Schwachstellen sind und wie wir uns echte Mitbestimmung vorstellen. Wir als SPD fordern seit Langem eine Stärkung der Mitbestimmung nicht nur der Personalräte, sondern auch der Richterschaft. Für uns ist auch als SPD – da unterscheiden wir uns ja von Ihnen – Mitbestimmung nicht etwa störend oder einmischend oder negativ. – Nein, wir denken, dass wir von Mitbestimmung auch bei der Richterschaft insgesamt profitieren, dass nämlich nur dann, wenn wir echte Mitbestimmung schaffen, Transparenz entschied und auch die Qualität der Personaleinscheidung verbessert wird – nicht mit dem, was Sie hier vorgelegt haben. Frau Müller, Sie haben es eben angesprochen, und da hat sich in der Vergangenheit mit Transparenz das Justizministerium mit Personalentscheidung nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Im Gegenteil, mehrere Besetzungsverfahren sind ja ins Strudeln geraten. Ich darf nur an die Besetzung der Präsidentenstelle bei der Hessischen Landessozialgerichtsbarkeit erinnern. Die Stelle ist immer noch nicht besetzt. Die Sozialgerichtsbarkeit ist in Aufruhr. Es gibt große Irritationen über die letzten Jahre und über die Frage, wer denn jetzt Präsident und wer denn Präsidentin wird. In solchen Verfahren hat sich in der jüngsten Vergangenheit gerade das Justizministerium nicht mit Ruhm bekleckert. Deshalb wäre es gerade jetzt, zu der jetzigen Zeit, angezeigt gewesen, einen richtigen Schritt in die richtige Richtung zu tun. Der findet aber mit diesem Gesetz nicht statt. Was gibt es denn aus unserer Sicht zu tun? Was ist verbesserungsbedürftig? Es ist ja genau der Punkt, den Sie beschrieben haben, Frau Müller, wenn nämlich ein Dissens zwischen Präsidialrat und Justizministerin besteht. Das ist der entscheidende Knackpunkt, wo es eine Schaltstelle gibt. Sie haben jetzt gesagt, der Richterwahlausschuss wird dann eingeschaltet und wird angehört. Es gibt eine fakultative Beteiligung, und ich sage Ihnen mehr nicht. Denn auch in diesem Fall – ich gehöre dem Richterwahlausschuss jetzt seit vielen Jahren an – kann sich, wenn der Richterwahlausschuss angehört worden ist und es dann immer noch einen Dissens gibt oder unterschiedliche Meinungen gibt, das Justizministerium darüber hinwegsetzen. – also eine fakultative Beteiligung des Richterwahlausschusses – mehr nicht. Wir als SPD hingegen können uns bei dieser richtigen Schnittstelle vorstellen, dass im Falle eines Dissenses zwischen Präsidialrat und Justizministerium ein Veto-Vetorecht des Präsidialrates geschaffen wird. Meine Damen und Herren, das wäre ein geeignetes Instrument der echten Mitbestimmung. Zweiter Punkt. Da ist hier auch überhaupt keine Rede davon. Sie wissen, dass wir seit vielen Jahren auch eine Stärkung des Richterwahlausschusses fordern. Wir haben im Richterwahlausschuss selbst viele Vorschläge auf den Tisch gelegt, wie man die Befugten des Richterwahlausschusses stärken könnte. Auch hier gibt es keine anderen Ansätze, wie man dieses Verfassungsorgan stärken könnte. Meine Damen und Herren, das ist für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt. Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Der Gesetzentwurf ist minimalistisch. Sie benennen hier nur den kleinstmöglichen Nenner mit echter Mitbestimmung, so wie wir uns das vorstellen. Auch ein Schritt in Richtung Selbstverwaltung und die Justiz ist es nicht. Deshalb wird die SPD-Landtagsfraktion zu diesem Gesetz einen Änderungsantrag in dieses Haus einbringen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch wir beurteilen diesen Gesetzentwurf, sagen wir einmal, mindestens als minimalistisch und fragen uns auch eher, ob damit nicht eher abgelenkt werden soll als eine Stärkung der richterlichen Selbstverwaltung bzw. Unabhängigkeit passieren soll und schon ein Fragezeichen daran machen, ob das in die richtige Richtung geht. Wir betonen den Schutz der richterlichen Unabhängigkeit. Darum muss es gehen. Vor diesem Hintergrund wäre es sachgerechter als die jetzige Situation, wenn Legislative und Exekutive wenigstens gemeinsam über die Beförderung von Richtern und so auch die Besetzung von Präsidentenposten entscheiden würden. Insofern ist der Vorstoß zu begrüßen. Allerdings sieht die hessische Verfassung in Art. 127 Abs. 3 eine Beteiligung des Richterwahlausschusses bei Beförderungsentscheidungen nicht vor. Der Wortlaut ist auch einer Auslegung nicht zugänglich, sodass wir – auch darauf werden wir in der Anhörung Wert legen – Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieses Vorgangs haben. Eine letzte Bemerkung heute in der ersten Lesung dazu nur. Betrachtet man den großen Einfluss, den Gerichtspräsidenten haben, so hielten wir es für angemessen – und das ist in anderen europäischen Ländern durchaus möglich und umgesetzt –, wir hielten es für angemessen und eine vertretbare Lösung. Das würden wir gerne mit Ihnen einmal diskutieren. Diese Spitzenämter – Sie haben die Anführungszeichen gehört – nur auf Zeit und nicht auf richterliche Lebenszeit zu vergeben. – Ich bedanke mich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sie haben bereits gehört, worum es inhaltlich in dem ganzen Thema geht. Es geht um die Frage, wenn es einen Dissens zwischen dem Präsidialrat der Empfehlung für die Ernennung auf eine Präsidentenstelle bzw. eine Stelle, die mehr als die R1-Stelle am Ende ist, und der Meinung der Ministerin, dass es dann noch einmal zu einer Erklärung, zu einer Vorstellung des gesamten Vorgangs im Richterwahlausschuss kommen soll. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt, das ist auch der richtige Punkt, um einen Dissens, den ein Benennungsverfahren in diesem Verfahrensstadium als Problem haben kann, ein Stück weit aufzulösen, ein Stück weit transparenter zu machen und ihn damit für die Ministerin, die ja immer noch die letzte Entscheidungsbefugnis hat. Sie muss sie auch haben. Es muss in einer parlamentarischen Demokratie so sein, dass an der Stelle die Entscheidungsbefugnis nicht weggenommen werden kann – das muss man sehen – und den fachlichen Aspekten, die aus der Richterschaft kommen, die dort im Präsidialrat angelegt sind und die dort in einem Dissens zum Ausdruck kommen, dass sie aufgelöst werden können. Von daher ist dieser Gesetzentwurf ein richtiger Gesetzentwurf. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die großen Worte, die jetzt zum Teil von der linken Seite des Hauses bislang zum Thema Selbstverwaltung der Justiz gekommen sind, kann man auch nur klipp und klar sagen, dass die Botschaft in unserem Koalitionsvertrag, wo wir uns CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN verabredet haben, was wir machen wollten, war ja auch nicht das, was Sie möchten. Das ist ja auch ein ganz einfach Fakt. Das kann man ganz nüchtern feststellen. Wir können als Zweites feststellen, das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir eins zu eins so umgesetzt. Bei manchen Dingen, die ich eben von der SPD gehört habe, habe ich das Gefühl, wir müssten nebenbei noch die Hessische Verfassung ändern. Ich bin sehr gespannt auf den Änderungsantrag, den Sie uns bringen werden, weil ich glaube, aus wenigen Zeilen kann er da gar nicht bestehen. Abschließend möchte ich im Rahmen dieser ersten Lesung vielleicht auch nur darauf hinweisen, wer immer das hohe Lied auf den europäischen Vergleich zieht, der sollte einmal in Ruhe betrachten, wie so manche selbstverwaltete Justiz, mit welchen Verfahrenslaufzeiten man sich in diesen Ländern herumärgert, mit welchen sonstigen problematischen Auswüchsen des Systems, so möchte ich sie einmal nennen, in diesen Ländern, wenn man sich die europäischen Justizbarometer ganz in Ruhe durchliest, dort die Menschen leben müssen. Von daher glaube ich, dass der deutsche Rechtsstaat an dieser Stelle, wie er auch Beförderungsämter in der Justiz besetzt, ein gutes System ist, ein bewährtes System, und wir hier in Hessen gehen einen kleinen Schritt an dieser Stelle in eine neue Zukunft damit. – Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann Danke schön. – Das Wort hat Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der vorgelegte Gesetzentwurf der Landesregierung – ich will es einmal so formulieren – suggeriert mehr Transparenz und Beteiligung, Herr Kollege Honka, aber es bleibt auch beim Suggerieren dieser Beteiligung. Ich glaube, so kann man es definitiv sagen. Wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, kommt man zu dem Ergebnis, mehr Transparenz und Beteiligung wird nicht wirklich organisiert. Es gibt zwar eine in einem geringen Umfang organisierte Beteiligung des Richter-Wahl-Ausschusses, aber dabei bleibt es eben auch, weil es eine Begrenzung auf bestimmte Positionen ist und zum Schluss eines der materiellen Probleme besteht, dass diese Unterlagen, die dort beraten werden, auch nicht zur Personalakte genommen werden. All das sind sozusagen Feigenblätter, die hier definiert werden, um mehr Transparenz und Beteiligung zu suggerieren. Insofern glaube ich, werden Sie Verständnis dafür haben, dass wir zunächst einmal die Anhörung abwarten. Ich glaube nicht, dass z. B. Richterbund und andere begeistert sein werden, wenn Sie das lesen, was die Landesregierung hier ausgearbeitet hat. Aber wir schauen uns das offen an. Bisher können wir dem Sachverhalt so nicht zustimmen. Ich glaube, auch Sie tun sich keinen Gefallen. Wenn Sie wirklich mehr Transparenz und Beteiligung wollen, werden Sie materiell diesen Gesetzentwurf abändern müssen. Das wird aus unserer Sicht auch die Beteiligung der Anzuhörenden ergeben. – Herzlichen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Witzepräsidentin Heike Habermann Bevorredner Card 안돼 Regierungsanogr precisamente zum國家 professionelle Gefüge in der Justiz nachhaltig prägen. Über die Neueinstellungen von Richtern hinaus sind bestimmte Besetzungsentscheidungen für unsere Justiz von besonders hoher Bedeutung. Das haben die Kollegen eben dargestellt, nämlich die der Präsidenten. Mit dem vorliegenden dritten Gesetz zur Änderung des Hessischen Richtergesetzes wollen die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN das Besetzungsverfahren für unsere Präsidentenstellen optimieren. Bisher sind bei Beförderungsentscheidungen lediglich die Präsidialräte eingebunden, die bei den Obergerichten aller Gerichtszweige als Vertreter der Richterschaft eingerichtet sind und dort ihre fachliche Sicht einbringen. Stimmt der Präsidialrat den Besetzungsvorschlägen des Ministeriums nicht zu, kommt es in der Regel zu einem Einigungsgespräch. Soweit sich danach ein Dissens nicht ausräumen lässt, obliegt die letztgültige Entscheidung dem Justizminister. Dabei ist zu betonen, dass bei den fachlich geprägten Einigungsgesprächen der Konsens die Regel ist. Ich will darstellen, dass seit 2004 gab es von 36 Besetzungsverfahren für eine Präsidentenstelle bisher nur drei Fälle, in denen der Präsidialrat dem Besetzungsvorschlag des Justizministeriums nicht zugestimmt hat. In über 90 % der Fälle waren sich Ministerium und Präsidialrat bei der Besetzung der Präsidentenstellen von vornherein einig. Nur ein einziges Mal scheiterte in diesem Zeitraum ein vom Präsidialrat gewünschtes Einigungsgespräch. Im Koalitionsvertrag haben wir uns deshalb darauf geeinigt, eine Verfahrensregelung für diesen seltenen Ausnahmefall einzuführen. Denn angesichts der Bedeutung der Präsidenten soll der Dissens zwischen Justizministerium und Präsidialrat nicht das letzte Wort sein. Vor diesem Hintergrund geht es um die Frage, den Präsidialrat mit den Fachleuten zu stärken und andererseits auch die Idee, die Möglichkeit zu öffnen, den Richterwahlausschuss bei einer strittigen Personalentscheidung zu beteiligen. Damit soll die Legitimation der anschließenden Personalentscheidungen gestärkt werden. Durch die Erörterung im Richterwahlausschuss, der aus sieben vom Landtag berufenden Mitgliedern sowie aus fünf richterlichen Mitgliedern besteht und einer der Präsidenten der beiden hessischen Rechtsanwaltskammern angehört, können in dem Besetzungsverfahren neue Gesichtspunkte und Perspektiven eingeführt werden. Die heute eingebrachte Neuregelung stärkt – das will ich besonders betonen – die Stellung des Präsidialrats als Organ der richterlichen Selbstverwaltung und erhöht in strittigen Fällen die Akzeptanz und Transparenz bei der Besetzung wichtiger Spitzenämter in der Justiz. Deshalb unterstütze ich den vorgelegten Gesetzentwurf. Vielen Dank. – Jetzt haben wir die erste Lesung zu Tagesordnungspunkt 13 erfolgreich bewältigt. Der Gesetzentwurf für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Richtergesetzes wird zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den RTA überwiesen.